. Vielleicht... Vielleicht sollte ich die Bank überfallen. Du musst nur dein Geld richtig investieren. Das geht immer schief. Dann musst du dir auch vorher überlegen, wie du dein Geld machst. Dann habe ich nichts mehr zum Investieren. Die Bieten sind so teuer. Dann kauf dir was Billiges. Ich bekomme nichts Billiges. Denn die ganzen Strafzettel, das läppert sich. Kredit bekomme ich auch nicht. Ich sollte wirklich die Bank überfallen. Willst du wirklich ins Gefängnis? Besser als pleite zu sein. Optimistisch. Glas Wein? Jetzt komm. Versuch's nochmal. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin voll der Loser. Ein kleiner Typ von mir. Wachen wir es. Denk nicht dran. Hier. 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 Ich bin número shebly. Hier. Ich bin invece der Bundes weer.